Wenn ich die Beratung weiterempfehlen würde von der A&M, würde ich auf jeden Fall sagen, dass es mir persönlich sehr geholfen hat oder immer noch hilft. Ja, hallo, ich bin Giacomo Micheli von Micheli Küchen und habe ein Küchenstudio. Wir kümmern uns um alles, was mit Küche und Esszimmer zu tun hat, von der Planung bis zur Montage. Die Ausgangssituation, bevor ich zur A&M gekommen bin, war so, dass ich den, also, wie soll ich sagen, die Aufträge waren da, aber es war schwierig, diese Auftragskette zu halten. Es war wesentlich einfacher mit der A&M-Beratung das Ganze zu machen, weil da war dann Automatismus drin. Dass Leads gekommen sind und die Aufträge quasi von alleine zu mir gekommen sind. Die Beratung hat mir geholfen, einfach die Kaltakquise am Telefon besser meistern zu können. Dass man Kunden eher gewinnt, ob jetzt am Telefon oder auch vor Ort beim Kunden selbst im direkten Gespräch, war schon sehr hilfreich. Also die Struktur musste ich, ja, wollte ich deswegen ändern, weil ich gemerkt habe, dass verschiedene Prozesse im Betrieb nicht mehr so reibungslos oder nicht so reibungslos gelaufen sind, wie ich es gern hätte. Und da war halt die Thematik, mit der A&M zusammenzuarbeiten. Und das hat mir dann sehr geholfen, den einen oder anderen Punkt tatsächlich zu verbessern. Ja, das größte Hauptlearning in der Zusammenarbeit mit der A&M war die Thematik, dass es einfacher ist, ein Unternehmen zu führen, wenn Strukturen und Systeme vorhanden sind. Wenn ich die Beratung weiterempfehlen würde von der A&M, würde ich auf jeden Fall sagen, dass es mir persönlich sehr geholfen hat oder immer noch hilft. Ich kann es nur jedem empfehlen, wenn man merkt, dass es im Unternehmen ein paar Reibungspunkte gibt, die nicht mehr so laufen, wie sie eigentlich laufen sollten. Untertitelung des ZDF, 2020